was geht ab leute und herzlich willkommen zu einer weiteren runde smites ranked wie ihr seht bin ich gerade aufgewacht und ich dachte ich mal ich zock jetzt mal smites ob das eine gute idee war wissen wir noch nicht aber wir werden das sehen in welt gott ich krieg agressionen wenn ich die leute in welt hört doch auf zu invaden okay also es war doch keine gute idee ist mal zu zocken so unser support invadiert denia speed denia support invadiert unseren speed ddc in welt blu ich werde tappel Tatsache. Geil. So. Ich kann hier jetzt nämlich einen Scheiß machen. Die werden mich jetzt hier outpushen. Mein Purple Clown. Ich habe einen Minion schon mal nicht bekommen gerade. Ich kriege weniger Gold. Dafür kriege ich mehr XP, aber... Naja. So, meine Naja spielt jetzt eine Mücke, die dich in den Arsch gestochen hat. Und die bleibt dir am Arsch. Egal, was du machst. Das spielt gerade meine Naja. Das ist so die Invade-Taktik der Supports, die zum Glück bald vorbei ist. Jetzt mal Autotext treffen. Kann man bitte Autotext treffen? Danke. So. Wir chillen jetzt hier, weil unser Leben ist vorbei. Ich meine hier... Ich kriege mehr Farben, das ist schon mal schön. Die kommen gleich und picken meinen Arsch. Oh, mein Support ist wieder da. Hat jeder eins verfehlt. Hat jeder eins verfehlt. Äh, ups. Ich wollte gar nicht meine Zweige da eins setzen. Lass uns. So, der hat jetzt seinen Plug. So, der hat jetzt seinen Plug. Oh, der hat jetzt einen Plug. Äh, Bruder. Willst du jetzt beide töten? Oh, der hat jetzt den Plug. Ähm, ähm. So. Die Farben will ich. Oder auch nicht, oder? Was? Yes, was sagt denn Gold? Rama 2,5, ich 2,5. Das Schlechte ist, dass wir die ganze Zeit mal im Körper kriegen. Uff. Dasch in den Tower. Dasch in den Tower. Hol mich aus dem Tower. Oh, schade. So, sollen die machen. Könnt ihr haben. Trau ich nicht. Wenn die erst zu den rotieren, picken die die. Aber ja. Doch, mir egal. Hallo. So. So, ein Glück bin ich in Level 5 geworden. Easy. Das schaltet das, Leute. So, wenn euer Support invaded, ist das einfach für euch gut, wenn ihr überlebt. Ihr kriegt mehr Farm als der Gegner. Und er kann eigentlich gar nichts dagegen machen. Von mir aus kriegen sie vielleicht ein bisschen mehr Gold, wenn sie sich in den Tower pushen. Aber sie werden weniger XP kriegen. Ihr werdet vor den Level 5 und dann passiert halt das da. Äh, ja. Invades sind scheiße. Was soll ich sagen? Macht keinen Spaß. Nicht mal für mich. Also, auch wenn ich jetzt gerade einen Vorteil habe. Ist irgendwie beschiss. Die armen Leute. Ich meine, warum muss man die so... Oh, schade. Sehr gut. Push die Wave. Dankeschön. Das schade ist, wenn ihr, äh, wenn der gegnerische Support euch invadet, dann, wenn ihr die Duelin seid, dann pusht nicht die Wave. Also, ihr tut euch damit nichts Gutes, wenn ihr die Wave pusht. Ihr habt gesehen, die haben ganze Zeit die Wave gepusht, haben auch meinen Purple invaded, aber ich bin trotzdem vor den Level 5 geworden. Deswegen, pusht lieber nicht die Wave. Zwingt ihn aus dem Tower zu kommen und versucht ihn lieber zu killen oder sowas. Oder, ähm, bringt ihn dazu, dass er keine Minions kriegt, kein Gold kriegt, keine XP kriegt. Wir holen uns Trance. Es steht 4-0. Es wird wahrscheinlich ein Surrender irgendwann, wenn das so weitergeht. Amazon Kukulin. Tuff ist Level 7. Mit knapp 900 Gold mehr. 800 Gold mehr. Uiuiui. Level my Purple. Hauptsache, ich krieg den hier. Okay. Dankeschön, Bruder. Danke, Omi. Danke. Okay. Ah, mein Rama fehlt. Ich glaube, die in die Mitte kommen jetzt. Ja, nicht, dass die es nicht anders verdient hätten. Ich geh wieder nach links. Fuck off. Okay. Ich hab keine, kein Mitleid bei sowas, Alter. Wenn mein Team invadet, also, wenn der Support invadet, dann hab ich keine Gnade. No, da hato kein Dash gehabt. Also, wenn ich mir gerade jetzt kein Dash mehr. Nein. Vielleicht können wir einen Double Tap machen. Ah, der backt schon. Schade. Ich hätte früher auf ihn gehen sollen. Gut ultet. Hätte ich nicht ulten brauchen, aber. Die kommt wohl nicht. Oh, ne, die kommt nicht. Oh, ne, die kommt nicht. So, wir ulten die elf. Wave und horn ab. Naja, ulten brauch ich die jetzt ja eigentlich nicht. Ah, läuft doch nicht schlecht, das Game. Das ist wenigstens meine Lane. Bisschen interessant. Ja, das Game ist bei 10 Minuten vorbei. Wisst ihr warum? Weil die Gegner keinen Bock mehr haben. Allein, weil diese Naja jetzt die invaded hat, dachte sich der Jungler wahrscheinlich. F6. F6. F6 geht nicht mehr. Das macht einfach keinen Spaß. Ich bin so froh, wenn es Season 7 draußen ist. Ah, meins. Der Subic tut seinem ADC jetzt auch nichts Gutes. Indem er auf der Lane mit ihm XP schert, bringt er dazu, dass er auch nicht levelt. Oh, verdammt. Ich hab zu spät gebiets. Oh, oh, da ist noch ein Mats. Ihr seid sowas mit tot. Oh, fuck. Oh, ich hab ihn getroffen. Leck mich, Alter. Alter. Shit. Ah, ich bin weg. Alter, der Sniper war ja mal nicht die nice. Ich muss öfter auch nie spielen, Alter. Was? Geht ab. Hm, der Busch links. Oh, is it feeding time already? So. Hm, 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 hm. Rama. Hat der noch Aegis? Ich glaub schon. Der hat schon, der hat nicht Aegis, als ich geholt habe. So, ich bin level left, der Rama kann ich nix mehr machen. Oh. Ah. So, Skills brauchen wir hier nicht einsetzen, Leute. Einfach Autotext machen. Wir versuchen, ihn im Tower zu treffen. Ah, Dicke. Der hat ja gegedasht. Dicke, dein Ernst? Uh, da kommt ein Dagi. Oder? Hat der echt noch Dash gehabt? Ja, leck mich am Arsch. Er hat auf jeden Fall kein Aegis mehr. Also, Dreck drauf. Beats. Auf, äh, also Beats. Ich kaufe kein Aegis. Ich will auf ihn drauf blinken, wenn er weggasht. Dann töten wir ihn nämlich. Oh, fuck. Ich hätte hier 4-2 kaufen können. Ach, was soll's. Sack Gold bei ihm. 5-3. Ja, ich bin 1.300 Gold drüber. Was war denn hier? Manchmal verschwende ich Zeit damit, hier Triple Balls zu finden und vergesst die Scheiße einfach mit Autotext zu clear. Kann ich da drüber? Okay. Ah, bin jetzt. Ein Hunde. So. Ah, da ist er, ja. Ah, ich nehm den Tau. Die brauchen mich anscheinend nicht. Oh, je, je. Okay, die brauchen mich vielleicht. Wo ist die Scylla? Die hat nämlich überlebt. What? Speed buff. Ja, okay. Jetzt hau ich aber ab. Gold 3, können wir nicht machen. Ich hab keinen Lifestyle. Solo können wir den Scheiß sowieso nicht. Ich geh nach links, da ist ne fette Wave. Die ist mir gerade wichtiger. Okay. 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 Und die Taukos nehmt? Ja, ich kann man ihm. Ich habe keine Beatszahl. Ah, ich habe keinen Blick, meine ich. Die kommt zu mir. Die kommt sowas von zu mir. Ich habe sie trotzdem mitgenommen. Okidoki, Crusher. Es ist ein spät für Crusher. Wohl geht eigentlich, ich bin auch gut. Ja, ja, das passt schon, das passt schon. Oder Brawler, das ist von beiden. Oder Titans. Wie viele Healing haben die? Geht eigentlich. Ist der so weg? Nicht so schlimm. Ege-Zilla. Digga, was hält denn der Kukullen aus, alter? Der hat meine Gf... Samt der Ulti-Gf fressen gerade, kann das sein? Oh, gefickt. Oh, gefickt. Oh, die Silla hat die alle gefickt. Oh, Diggi. Ähm, der Kukullen hat meine gesamte Ulti gefressen. Krass. Krass, Digga. Also, ja. Titans Quay, alter. Jetzt schon, direkt jetzt schon. Na, 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 na. Und dann, auf jeden Fall, Chin-Sails. Echse. Hol' ich mir auch. Ich hol' mir gleich den ganzen Baum, Alter. Mal. So, Naja hat eh Shoguns geholt. Das ist gut. Oh, die kämpfen immer noch. Komm on, guys. Not like this. Den hier gönne ich mir, glaube ich. Oder auch nicht. Der Tufel ist ein Lappen, deswegen fällt er wahrscheinlich rum, wenn ich das nehme. Gut, der dash da rum. Also, nehm ein Dach. Hm, hallo? Oh, doch nicht, hallo. Kann ich den Raum irgendwie sneak? Ja, ich glaube schon. Der ist auf jeden Fall gedasht. Ah, Digger, deine Hand. Ich habe nichts getroffen, Alter. Ich war gerade richtig scheiße. Der hat mich outplayed. Ow. Uh-oh. Junge, Junge, diese Double-Tabs. Nice. Ah, wir sind ein bisschen gefeatret, ne? So, Speed-Buff, Speed-Buff, Leute! Speed-Buff ist ultra-wichtig. Ja, wir haben eine Afro, Alter. Easy-Fire. Auf jeden Fall. Ich habe in 10 Sekunden Ulti. Naja, ich brauche nicht mal dafür ulten. Die kommen sowieso nicht. Dann holen wir uns noch den Farm da rechts. Dann holen wir uns Titan und Echse. Auf Leben geht hier noch nicht wirklich jemand, außer Sobek. Aber den haue ich auch runter. Ich habe genug Penn und Gefiedern, nicht auch? Gold Fury. Okay. Wie lange braucht er? Achso, ich wollte auf den Titan springen. Oh, die Posch mitlehn. Beine. Der ist tot. Soll der tot sein? Der hat Bracer. Okay. Fail not auf Rama habe ich schon auch nicht lang. Habe ich noch nie gesehen, Alter. Fail not auf Rama. Kommen. 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 Ja, ich habe einen Kegner. Was ist denn das, dass wir hier kämpfen, ehrlich gesagt? Titan? Ja, die Gegner haben mir aufgegeben. Sieh es, sieh es aus, die schicken immer jeden, Alter. Ich geh aber auch mit Titan. GG, Leute. Oh, Mann. Ich hasse es aber trotzdem, gerade, dass sie gewonnen haben, weil mit einer Naja Support Invade. Gott, Alter, bitte macht das nicht. Ich bitte euch, macht das nicht. Ja, Leute, schön, dass ihr da wart. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, ciao. Fickt euch, fickt euch. Fickt euch. Fickt euch, mein Herzen. Fickt euch. Fickt euch. Diese Worte sind für uns von großer Bedeutung. Sie helfen uns, das auszudrücken, was wir als Firma anders sehen als andere. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020